wieder weiter hier ich weiß jetzt nicht ob jack in der zwischenzeit wiedergekommen ist jack bist du da wahrscheinlich aber eher nicht star katana ist auch da haben wir doch direkt mal die gruppe ein den star den katana meine ich natürlich 7 1 brauchen wir eigentlich noch möchte noch irgendwer mit zocken er hat schon angenommen so ja einer kommt noch hier ist gregg so zack dann passt das und jetzt spielen wir erstmal eine runde mikro und wenn jack wieder da ist dann gibt es für ihn hier nochmal speziell für jack eine runde wortschips so dann nimmt man alle fleißig an in der zwischenzeit öffentlich hier kurz mal meinen von relentless zu bull nicht schlecht so sechs von acht zwei einer legt noch runter gregg liegt noch runter zü 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 ja wird schon gleich passen ein paar sekündigen aber noch zeit oh gregg hat es beendet machen wir noch mal einfach noch mal bitte annehmen gregg lädt noch mal runter ice crime will noch mitmachen war ja nicht schon drinnen oder habe ich das jetzt so zu spät gelesen gerade sind wir voll gerade sind wir voll ice crime mal gucken nächste runde neues glück so wir starten nämlich jetzt direkt und nächste runde kannst du mitmachen dann machen wir wieder irgendeine auswahl und bitte hier die linke karte usen das ist ein cooles bild die rechte karte mag ich nicht die rechte karte mag mag nicht so so und dann will ich mal gucken mit was ich für eine taktik das game eröffne vielleicht starte ich mal direkt mit lufteinheiten die rechte karte mag nicht das war vor so bin wir werden danach auf jeden fall noch mal noch mal warship spielen und dann wahrscheinlich ist der leistung auch schon wieder zu ende schauen wir mal starten wir mal mit so einem kleinen höpplern und gucken erstmal hin schade ich habe fast gepasst so na hat sich noch einmal geheilt die klin scheiße da kommt dann kriegt jemand den letzten auch noch mal bitte was ist das denn fieses ja 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 das geht ja gar nicht gut dass ich meine kleinen freunden hier gerade geholt habe leider kann ich mir noch kein obst mehr holen ich bin nicht abmarschbereit was erlaubt ihr von uns ich füge mich so ein bisschen attackieren hier oh da haben wir schon gut das weggerissen na die marines können wir uns auch noch mal mit holen komm einmal noch ja schön haha Doppelkill Doppelkill und da sind da auch schon DTs oder irgendwas anderes und da sind da auch nicht jetzt haben sie anscheinend den Obst Was haben sie denn hier? Die Phasenbleiter. So ein Obst wäre nicht schlecht eigentlich. Wenn man sich sowas mal mitholt noch. Kann man die mal schön rumgucken. Falls irgendwo getarnte Einheiten sind. Den schicke ich glaube ich erst mal direkt in den Mack rein. Na, locken wir noch erstmal ein bisschen weg. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unsere Verbündeten befinden sich in den Macken. Na, schafft er nicht. So, und dann holen wir uns erstmal ein paar Vikings. Gegen den eingammeligen Phasenbleiter. So, nochmal. Zack. Das läuft ja. Ah, da hat einer sich ein paar Queens geholt. Oha. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Doppelkill. Doppelkill. Schon wieder. Ist ja traumhaft ist das ja. Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unsere Verbündeten befinden sich in den Macken. Oha. Protonüberladung. Da gehen wir erst mal in den Suizid. Ach, schon wieder was? Dann haben wir uns ein paar Barins noch. Mal dazu. Mal dazu. Jetzt brauchen wir das gerade nicht, das Schild. Noch nicht. Los, los, los. Hi Starkerfresher. Was geht? Ja stimmt, besser spielt als nie. Da hast du recht. Nein, wir einfach mal drauf. Und ruf. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Oha. Ah, weiß ich, ob es wohl zu lang geht. Mal gucken. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. So, dann starten wir hier mit dem Vikings. Vielleicht kann ich sogar schon ein bisschen Money holen. Money, money, money. It's so funny. It's so funny. Aha. Bin auch getarnt unterwegs. Fack, den wollte ich mir mit mir abruhlen hier. So, nochmal zu Paroil jetzt nochmal dazu. Ach, hat er wirklich weggezogen. Boah, es läuft aber. Zap. Wo? Vielleicht mal was fetteres. War jetzt mal nach. Na, Subteil. Okay. Ja, flexen wir hier noch ein bisschen rum. Oha. Alter, schließt aber sowas, wenn du weit. Nee, erst mal so die Ziele der gehen. Besser ist das. Alter, dicke Ulis. Dicke Ulifanten. Komm. Haha. Ich bin der nicht. Schlimm ist das. Da rennt der weg. Oha. Ich bin lediglich ein Schatten. Ich bin die Sechse. So, jetzt ziehen wir da noch weg. Teels sind schon nicht schlecht. Aaaaaaah. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ein paar Arschhörnern mal holen. Flexen ja auch mal ganz gut. Pure Energie. Komm schon her. Ey, ist aber auch schnell der Uli, ne? Nee, nee, nee. Nicht abhauen hier. Okay. Können wir nichts machen. Oha. Na, kriegen wir noch ein? Ach, schade. Vielleicht erstmal wieder heilen? Nee, nee, nee. Darauf fallen wir nicht rein. Wer hat die Blonde geklappt? Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Was ist los? He, he. So. Einmal Yamato kann ich noch machen. Ne, kenne ich nicht. Sacken, fresher. Was ist los? Technik ist auf das Niveau und das Niveau und sagt, alle Komponenten anwesen. Verstanden. Ihr Commander. Bin unterwegs. He. Oha Gut, dass ich Ops dabei habe Ich wollte gerade schon wieder verkaufen, den Ops Ich bin ganz glücklich, dass ich es doch noch nicht gemacht habe Oha Gut, dann machen wir das jetzt mal Den killen wir jetzt erstmal Wir holen uns erstmal ein paar Brutleutschens Ein paar Brutleutschens Oh, drei Stück sind schon ins Kot Oh, hier braucht man Ops unbedingt Nein, falsch Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf So Unsere Streitkräfte Binnen angegriffen Ja, immerhin Ein bisschen was killen wir wenigstens Fuck, ey Ah, stirbt das trotzdem Ein paar Meats nochmal dazu holen Allian Bereit machen, Jungs Immer mit der Ruhe Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht Los, los, los Alter, der Roaches, ne Bingo Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Hahaha So Doppelkill nochmal Doppelkill nochmal Schön Jetzt wäre ein Medi wirklich schlecht Habe ich leider natürlich nicht Äh, ärgerlich Oha Ich werde erstmal nochmal Marines holen Wir brauchen mehr Fuck Mist ey, das ist ein Schügel So Und dann gönnen wir uns doch mal richtig was So, geht doch Da sind Tanks drauf Doppelkill Wir haben uns ja schön geflext, die Ah, da drüben Uli Dreifachkill Dreifachkill, ja das kommt danach Vierfachkill? Oder sagt er dann irgendwas anderes? Ich wurde allein Oh ne, oh ne Schön So ist es, schön drauf jetzt So, einfach ruf Hoch auf die P, der S Ah, fuck Alter, was war das denn? Da hol ich mir mal ein paar Troas noch dazu Ist so geil, wie die zurückgebaut werden, wie das aussieht Hier Sieht so mega geil aus, finde ich Aber wir wollten sie natürlich ausbauen Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Na, da kann ich doch schön ran Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Na, wer kommt denn da gleich mit den Orakels rüber So Wo bleiben sie denn? Keine Orakel mehr zu sehen Gut Dann gehen wir doch mal wieder Zum Kampf über Was ist das Fertiges dann? Unsere Verbündeten wird bedroht Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Mutas mit Schild, oder was? Alter Falter, ey Ah, die nehmen uns aber echt gut ran Komm schon Komm schon Alter Falter, ey Dazu für die Zieloten noch dazu Hm Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Wir brauchen mehr mit den Reihen Wir brauchen mehr mit den Reihen In Bewegung Kill Alter, das ist ja so übel Worte Jetzt ist das Überladung Eine Überladung Egal, jetzt möchte ich schnell quälen lassen Das sind einfach zu viele Oha, Oha, Oha Komm schon Das ist echt übel Was ist denn das für Übermut was? Unsere Verbindeten befinden sich im Kampf Oha Uuuuh Glück gehabt Immer langsam Sie wünschen Wird gemacht Bestätigt Ja, Commander Kurs ermittelt Oha Das ist natürlich übel jetzt Mit dem Auto heilen noch dazu Wir brauchen mehr Mineralien Hief mir die Einheiten 13 Gas habe ich schon mal über Das ist natürlich schön Geil Geil, jetzt halte ich einfach drauf hier Wurst Wir brauchen mehr Mineralien 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 Nein Ne, 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 darauf falle ich nicht rein Nein Eeeh Dreist Drei Gas Gib Gummi Legen wir los Auf geht's Konkret Ist das alles Oh yeah Oh yeah Hahahaha Unserer Verbündeten befinden sich in Einfach drauf Aufgedankt und einsatzbereit Was gibt's So Unserer Verbündeten befinden sich im Kampf Ja, Sir Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas gegen Luft Unbedingt Da Warte Unserer Verbündeten befinden sich im Kampf Das geht Da bin ich dabei Nein Positiv So Hahaha Hahaha Das mischt Oha Da unten müssen wir irgendwas gegen tun Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf Wir brauchen mehr Mineralien. Nein! Fuck! Ärgerlich, ey. Das ist ärgerlich. Mann, 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 Mann. Na gut, vom Punkten her war ich nicht schlecht, ne? Aber Punkte bringen nichts. Wenn man als Team nicht gewinnt, finde ich. So. Ja, und wir wollten jetzt ja in die Gruppe einladen. Wir machen jetzt sowohl so eine neue Abstimmung. Wir wollen jetzt ja Battleship, ne, Warship mal spielen. Und die ersten, die in den Twitch-Chat das hier schreiben, werden eingeladen. In den Twitch-Chat denn. Nicht in den Agri's Live-Chat bei StarCraft, sondern in den Twitch-Chat. Die ersten fünf werden eingeladen. Anscheinend will gar keiner mitspielen. Auch gut. Spiele ich alleine. Nein, natürlich nicht. Also. Anon ist ja bereits drinne. Nero ist drinne. Anon ist drinne. Dennis ist nicht drinne. Wallon hat auch nicht geschrieben. Bis jetzt. Kriegt auch nicht. Dennis auch nicht. Realis. Share. warum nicht micro ja gute frage ja weil ich halt jack versprochen hatte dass wir hier auf jeden fall mal eine runde jetzt warships wieder spielen ich meine die gruppe wir zocken nicht zu dritt ich muss hier kurz mal gucken also es war jetzt hier nero habe ich eingeladen dann stark bevor sie bin wo ist denn stark bevor sie bin sicher gar nicht online dann annauen ne quatsch doch annauen dann hotdog crafter wo ist der hotdog sehe ich aber auch nicht ach ice cream kann für ihn keine ahnung warum seid ihr dann hier alle nicht drinnen bei agris livestream ist natürlich dann die frage wenn ihr trotzdem mitspielen wollt gut dann lade ich die jetzt alle ein die hier noch drin sind wenn die anderen nicht drinnen sind ist halt so wie es ist 6 vorgeschlagen gabriel wo ich will jetzt aber erstmal die leute hier einladen die jetzt hier mit zocken möchten gut dann ach nero muss auch noch schade 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 fademade gut dann kann ich hier noch einladen wenn nicht dann frage ich mal denn es mal okay jetzt hätte ich denn jetzt noch vor gefragt aber da er ja schon eingeladen war passt das jetzt so und wir spielen jetzt eine runde war da haben wir es auch schon als gruppe erstellen da habe ich doch schon eingeladen ach er möchte hier nicht oder was gut wenn er nicht will dann lade ich jetzt einfach denn es ein denn denn es wird bestimmt mitmachen na nimmt leider noch nicht an ja ich kann dich natürlich auch bitte vorne ansprechen das ist ja so ein bisschen verwirrend teilweise hier ist ja so ein bisschen verwirrend teilweise hier ist ja so ein bisschen verwirrend teilweise hier stark before the wind stark with thresher und dann teilweise so namen die so leicht gleich sind ganz leicht aber auch nur ja cool ist bestimmt gerade wieder am schmökeln wieder auf dem balkon kippe rauchen ich guck mal kurz was da geht ich schreibe ihm einfach mal kurz an obwohl bringt ja auch nichts er wird sein handy wahrscheinlich ja auch dann irgendwie mit nach draußen äh nicht mit nach draußen genommen haben wo haben wir ihn denn ja ich schreibe trotzdem einfach mal wo haben wir ihn denn hm 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 ach das dauert ja wieder zu lange hier dann gucken wir hier nochmal kurz in den Chat rein vielleicht kommt er ja in der Zwischenzeit leider keine mehr dazugekommen wie schade noch mal kurz einladen noch mal kurz einladen gg gg halt diese Tastatur die macht mich noch wahnsinnig macht die mich noch malontel will mitmachen ja malontel du bist doch schon eingeladen da unten wir warten noch auf einen spieler weil das uns hier ungerecht ist das ist ja hier zu 6 wir können es natürlich auch ohne probieren dann laden wir irgendeinen spieler ein das geht natürlich auch naja machen wir das einfach mal als gruppe erstellen dann mache ich mal öffentlich er gut hat zu lang gebraucht jetzt kommt die bestimmt zum pro gamer an und macht uns alle übelst platt so dann mal los vier von fünf lobby wird betreten und dann machen wir doch mal öffentlich noch mal kurz fresher will mit mir virtuell gut gehe ich gebe ich gehe ich meine runden mein namens gedächtnis so ganz schlecht deswegen habe ich teilweise auch probleme manche leute haben es mit zahlen manche leute haben es mit namen ich habe es leider mit namen mal und will auch zu mir du bist doch schon bei mir mal und da musst du gar keine angst haben hier guck mal da da ist der agri mit dem team traumhaft aggressor er gut hier auch noch afk gegangen wahrscheinlich schlemmt er erst mal sich was rein boah das dauert ewigkeiten hier ist hier mal wer kommt wenn jetzt jack hier da wäre wäre das ja gar kein problem mann 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 habe ich ja bekommen dann die set oder die sie wie sie viel auch nennen dann habe ich hier noch batman city oder karno wie das heißt dann call of duty habe ich noch zur verfügung dann müssen uns und ich eigentlich wieder eine runde portal spielen dann gibt es doch battlefield zocken wir jetzt ja momentan sowieso ob das ja wir reingekommen schön battlefield 4 auf der play sie zocken war ja ganz viele cats sowieso auf der play sie da gibt es jetzt auch bald erstmal ein let's play drüber es wird auch richtig knorke werden und mal gucken was noch so alles kommt ich weiß es noch gar nicht muss erstmal ich weiß auch noch gar nicht was ich alles noch habe auf dem rechner ich habe ja so viele games aber mal gucken vielleicht werde ich es auch erstmal durch zocken und dann hochladen Nee ich hatte von humble bundle wollte ich was kaufen Ja und dann Ich wollte mich joe danger habe ich auch noch gekauft habe ich besetzt bis jetzt kurz einmal ich glaube so drei minuten reingeguckt wollte was das über humble bundle kaufen humble bundle kaufen nur plötzlich war das ich mit dem angebot sondern nämlich Musik oder irgendwelche komischen cds die man sich da runterladen konnte irgendwelche mucke im bundle ein bisschen blöde Ja da ist der schick auch wieder da und genau zu diesem zeitpunkt starten wir natürlich warships Traumhaft Da kann er sich ja freuen Ja juhu warships da ist es soweit So und dann cool Ich fahre erstmal vorne und hinten Komm erstmal bei kanonen ran Jawohl Faze skinnen was haben wir hier noch Nehmen wir ein 2 Obelists hier rein Da auch Und was können wir hier noch Das haben wir noch Plasma turret Nehmen wir das shield erstmal dazu So Dann wollen wir mal Losschätten hier Beim Gammel Raumschiff hier Der halbierte Träger Selbstverständlich Los, los, los Freu mich, schau drauf Alles gut Demis hat mich geschrieben Er ist noch ein bisschen länger online Und das freut mich natürlich Ich will ja mal auf A Ich will ja mal auf A Mal auf Angriff drücken Ne Ja geht ja nicht Ne Was ist das denn Für ne Pimmelrakete Hahahaha Sieht ja echt versaut aus So Das ist ja wie diese Pimmelrakete vom Ossenthorst Ne Hahahaha Hahahaha Echt nicht schlecht Echt nicht schlecht Echt nicht schlecht Nei Ich rücke toll Nein Ich rücke toll Achso Achso Oha Ich habe da noch viel drauf Nicht gar nichts mehr Muss abholen Muss abholen Geht weg Vielleicht bin ich doch schon wieder dauernd Ooooooooooo Da hat er mich aber ordentlich weggeblasen ne Oha, oha, oha Kann ich bestimmt auch noch ausbauen Voraussetzung Near Starbase Eure Sonden werden angegriffen Starbase Starbase Ist das Stargate hier oder sowas? Oder kann ich Ach, kann ich jetzt schon ausbauen You Turret Ich glaube ich prüfe einfach mal mein ganzes Teilchen nur voller Turrets voll Wie ich einfach mal sehen wie das aussieht Bestimmt mega cool Sieht bestimmt mega scheiße aus ehrlich gesagt Mal gucken Richtige Turret-Batterie Eure Sonden werden angegriffen Du 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 Oh, genau. Dreißig ist das denn. Den Ball haben wir aber erstmal weg hier. Das geht ja gar nicht. Jetzt kommen wir hier an die Stadt. An die Stadt. Jo, da heizt er wieder weg. Frech ist das. Ich bestütze jetzt erstmal hier meinen WMF. Scheint, dass ich jetzt hier nicht ausbauen kann. Wo sind sie denn? Alter, wie viele WMF-Kurser sind denn da? Ein Ruf auf den Alten. Ja, ein bisschen Schaden mache ich ja schon. Ich glaube, die Kängste sind doch ein bisschen besser. Ich glaube, acht geschlossen. Oha. Die Schaden machen, du Scheiß-Teil. Das wäre nicht für Schaden, ne? Bingo! Gut, die Fahrstabend abzuschmassen. Lücke machen! Hm. Lücke verständlich! Alter, Alter. Er hat ja nur gute Verträge. Eiei, Alter! Er hat ja nur welche Cruiser. Wie krass ist das denn? Ja, da geht aber nichts raus. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Äh, was? Hallo, ich wollte doch zurück. Ach, bin ich ja? Ach so. Leicht verplant mal wieder, wie immer. Hm. Wollt man ja wirklich gesauern. Das ganze Teil mit voller Kindesfolgen. Warum nicht? Ich mach mal das jetzt auch. Ja. 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 Ob es wirklich was bringt. Kein Plan, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hab dazu Bock. Und warum soll ich's nicht machen, wenn ich dazu Bock habe? Ist bei mir immer so, ne? Ich mach mein Ding. Ja. Egal, was die anderen sagen. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Das war hier. Umo Lindenberg. Nein, und das ist nicht mein Vater. Ah, so schlecht läuft das gar nicht. Juhu! Komm. Gruß da! Rift Blue? Haha, da ist er wieder. Wie der Pimlod. Das ist ein Schiff. Krieg ich den Nüsse. Wollen wir mal das Schild hier upgraden? Ja, das ist schon abgeschlossen. War schon abgeschlossen. Ach, da ist hier was los wieder. Wow, da sind noch mehrere Schiffe. Ja. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Wie sind sie alle gegen mich, ne? Oha! 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 Fuck! Eure Sonden werden angegriffen. Ah, da ist hier wieder mein Schiff. Haben wir wirklich ne Kennen vergessen da? Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Los her. Ja. Oha! Eure Sonden werden angegriffen. Schon wieder. Hast du recht, Knuddel. Da hast du definitiv recht. A-Kid Games ist schon mega geil. Knuddel den Scorpion. Das ist auch natürlich ein cooler Name. Das finde ich nicht lustig. Ich habe schon einmal bei einem Scorpion geknuddelt. Beziehungsweise, nein, nicht ich. Meine Schwester hat ihn geknuddelt. Ich durfte ihn dann platt machen. Ja, will ich auch gleich aufwerten. Dafür habe ich leider noch keine Kohle. Die richtige Batterie hier. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Zuru, zuru, zuru. Nice. Das war richtig klauschig hier, richtig zart zu mir, richtig netzviech. Eure Sonden werden angegriffen. Ich kann kaum noch erwarten. Warum nicht? Jawohl! Das kostet eine A, ok kostet auch Energie. Nein Pappi, du bist so hässlich und fett, das kann gar nicht sein. Doch, ich bin es. Auf, du bist nicht klauschig. Ach, geschlossen. Ach, geschlossen. Ach, geschlossen. Oha. Denker hier zieht mich hier wieder ran. Ach, geschlossen. Ach, geschlossen. Aaaaaaah. Weg. Ich will weg von euch. Oh, ein Schiff auf Feuer. Wir sind attackiert mit jetzt hier noch. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das ist ja etwas, das ist ja ein Gegenstand, das ist ja auch ein bisschen so klein. Eure Sonden werden angegriffen Und Gott sei noch am Leben Ich mache noch Damage, wenn ich wegheizse Ich mache noch Abgeschlossen Ich brauche Unterstützung Zu Fuck Oh fuck ey Nein Eure Sonden werden angegriffen Jetzt falle ich hier voll drauf Jetzt falle ich hier voll drauf Jetzt falle ich hier voll drauf Eure Sonden werden angegriffen Kurz Ausbau noch Alles was geht Ich mache die jetzt hoch Oh, ein bisschen erschienen Durchgeladen Los, entsichert Dingo Dingo Geht's wieder hinterher Der Arm steht schon eier Geht's wieder Ach ah 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 Eure Sonden werden angegriffen Seht ihr. Wird gemacht Wahnsinn 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 Warum nicht Bingo Neust du nämlich Ich mache mich nicht Schade, dass man sich hier nicht upgraden kann. Danach kommt nichts. Dann werde ich was essen wahrscheinlich. Vermutlich. Alter, das ist aber auch eine Batterie. Da können sie ja drauf sind. Oha! Oh nein! Geht weg! Pst! Weg mit euch! Geht weg! Das ist nicht hier. 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 Ich drücke zu wieder. Ich bin jetzt zurück erst meine Gäste. Ich bin jetzt hier. Das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Ich bin jetzt 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 hier. Wir sind hier. Das ist nicht hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ja, heik! Jawoll! Da hab ich doch den Takt geschlossen. Eure Sonden werden angegriffen. Wir mussten mal rein ins Bett, ne? Wir mussten mal rein. Alter Falter! Alter Falter! Hat er mich gerammt, hat er mich auch noch. Jetzt hat er mich richtig in den Mangel genommen, ne? Nein! Geht weg! Ich bin schwer beschädigt, ich bin sehr stark beschädigt. Nein! Ja, bisschen weit wäre noch mal geil, eh? Aber ich muss ja nachher erstmal was schleppen. War schon abgeschlossen. Ich muss abhalten. Ach nee! Oh, schon krasses Backshift. Gleich leuchtet meins komplett. So, wie schade machen die eigentlich auch nichts sind die Mangel, ne? Nur noch eine Sternenbasis steht für uns. Ah, die sind schon echt gut. Das ist ja die Müsborene. Mh. Die kümmer nicht drauf. Die Mauer der Energie jetzt. Auf den ist erfeuert. So. Ja, los! Ruf! Alle haben die nicht drauf, ne? Man kommt doch noch voran hier. Los, los, los! Ja! Jawohl! So. Verstanden! Ja, ja, ich darf. Ich brauche mich nicht. Jetzt geht es richtig drüber. Haha! Nicht mit mich! Aber sicher! Nehmen wir mich auf! Lauf nach uns! Freu mich schon drauf! Selbstverständlich! Wuhu! Verstand! Und geht's! Wettgeplattet! Ganz kaum noch erwarten! In Ordnung! Ach so, fresher war's, der gewonnen hat! Worauf soll ich ballern, Sir! Wo die weggeplattet hat! Aye aye, Sir! 10-4! Roger! Positiv! So, jetzt geht's hier auch was hin. Oh! Aber sicher! Oha! Oha! Ohohoho! Uhuuuh! Oha! Wann sieht das besser aus? Ist das jetzt ein Steinbrockenweg oder was? Das gibt's doch gar nicht! Oha! Nein! Fuck! Ich muss weg! Genug gefarmt habe ich jetzt ja endlich. Jetzt leuchtet es. Aber ein vergessen. Durchgeladen und... Der gute Kackschild. Abmarschbereit! Oha, ich glaube jetzt könnten sie uns gleich, wenn sie jetzt angreifen. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich finde das macht mega viel Fun. Ich finde das schon nicht schlecht. Ganz kaum noch erfahren. Verstanden! Roger! Wird gemacht! Aber sicher! Abmarschbereit! 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 Aber er hat es nicht gesehen. Aber er hat es nicht gesehen. Ich bin Stefan. Wow. Mann, Mann, Mann Ja, definitiv GG Ich hab's auch immer noch nicht so ganz raus hier Wo flext er überhaupt hin? Er soll hier Jichner flexen Sein fetter Meserstrahl hier Ach nö, das war's schon wieder hier Wie hart wir immer hier kassieren Immer und immer wieder Es macht keinen Spaß Das ist echt traurig Das wird mir nicht sehr traurig Ja, so, das war's vom heutigen Livestream Nächste Woche Dienstag geht's weiter Ich denke mal, Ursen und ich werden Morgen auch wahrscheinlich streamen Aber dann ist wieder sowas dran wie Boah, mal gucken Irgendwas auf der Konsole auf jeden Fall Irgendwelches Arcade-Zeug auf der Konsole Oder Playstation 4, vielleicht auch Battlefield Oder irgendwelche anderen Games Mal schauen, mal schauen, mal schauen Mal schauen, was geht Das kann ich leider nicht beantworten Heute ist ja eigentlich das HDMI-Kabel ran gekommen Das 10 Meter HDMI-Kabel Dann wollten wir eigentlich nämlich Magic spielen Live Also Magic Stream Nö, ich hab natürlich mal wieder Das falsche HDMI-Kabel bestellt Ich hätte normalerweise Von normal HDMI auf Mini-HDMI bestellen müssen Das hab ich natürlich bestellt Von normal HDMI auf HDMI Und das passt natürlich nicht An die Kamera ran Ein bisschen scheiße Das erste, was wir richtig bestellt hatten Wurde geklaut Auch sehr cool Beziehungsweise ist erst gar nicht angekommen Naja, passiert halt Ja, danke fürs Zuschauen Danke auch fürs Mitzocken Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder Oder vielleicht vorab auch bei StarCraft hier drin Oder im Live-Team Ja, im Live-Team Aber wobei kein StarCraft zocken Sondern irgendwas anderes Schaut ruhig mal rein Es lohnt sich auf jeden Fall Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Bis demnächst Und ja Lasst es euch weiterhin gut gehen Und noch viel Spaß beim Zocken Falls ihr noch irgendwas zockt Oder beim Kanu was er macht Weiß ich nicht Also Agri sagt Tschüss Bis denne Haut rein